hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft mit dem mc fishman hallo dem der tennessee dem xenosan hd und dem xeno girl hd hallo wir sind heute mal wieder eine große truppe ja ich habe gleich wieder meine bälle in die hand bevor wir hier anfangen würde ich sagen und denken hat der fisch hier noch ein paar worte zu sagen nein das ist wirklich so also leute ich hänge hier irgendwie am wasser erst mal muss ich das hier fixen warte kuss ja und zwar habe ich ja schon in vielen videos erwähnt dass ich ja bald ins internat ziehe besser gesagt ab dem ersten neunten und ich nur ab dem ersten wie gesagt ins internat weg ziehe hier und ich dann nur am wochenende hier bin und das problem dabei ist dass ich meistens dann auch im garten sein werde und ich nicht jeden jedes wochenende zeit haben werde aufzunehmen deswegen habe ich mir jetzt eine schwere entscheidung zum mensch was aber ich habe eine entscheidung getroffen so dass ich gesagt habe ja ich werde aussteigen aus diesem projekt und werde auch damit aufhören mit youtube erst einmal sagt es gibt eigentlich nichts mehr zu sagen ich weiß nicht ob irgendwann mal wieder videos kommen vielleicht mal jedes jahr ein video vielleicht auch mal zu sagen hi ich bin jetzt super aber mit youtube und diesem projekt vielleicht bin ich das ein oder andere mal hier auch mit dabei bei diesem projekt zwei einfach mal mit quatschen und so mit zocken aber mit aufnehmen ist erst mal nichts mehr also das ist jetzt die letzte aufnahme die letzte vier folgen wo fischi offiziell so dabei ist genau genau demnächst wird es dann wahrscheinlich einfach nur eine überraschung zwischendurch irgendwann mal genau so sieht es aus leider ja mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen ich habe auch völlig vergessen die musik anzumachen heute ohne musik egal so hier gibt es mal wieder einiges zu zeigen martin hat ja schon angefangen zu bauen hat sich hier eine schöne treppe gebaut und einen kleinen fluss mit wasserfall die türen ach so die türen genau wir haben ich bin der modbustler dieser welt also hier sieht man zum beispiel eine tür hat hier keine textur die ist einfach nur lila und schwarz und wir haben größtenteils die türen schon ausgetauscht erst mal so dass man halt auch vernünftige türen erst macht zum beispiel hier hat man jetzt so knast türen so gitter gehen so auf ein regenbogen hatte ich aus drinnen aber da gab es bei mir auch ein paar grafik bugs darum habe ich dann rausgenommen wenn irgendeiner fragen hat was hier vom bots drin rumschlummern ich gebe gerne die vor da sind wir ja schon verrückt wenn du die aber robert da muss ich sagen das hast du echt gut gemacht mit den türen mit den schiebetüren das ist echt geil ich hoffe dass du die bachs bei fixen dann das beste türen ist doch die die ich gerade in der hand habe ich hab gerade mal gezeigt was für mods drin sind also irgendjemand ist die beste türen ja so was habt ihr noch gebaut guck dir mal das riesengroß an ähm mal mit folgen wartet mal kurz leute hier sind jetzt schon ein paar felder noch größer auch damals ein schönes treppchen martin hier ist ein junkloader da kann ich reinkiezen ok für den ja und hier ist eine baumfarm geplant alles entstehen was hast du deine hand ähm hier hinten ist die pool wer baden will kann gehen ach so was ich in der hand habe das da ähm innen sind noch Häuser da hinten ach so ich hab jetzt vergessen was zu machen äh muss ich da was halt machen wie geil ist das warte hier rollo tür ja ja aber die anderen zwei die wollen selber nicht dass wir das hier zeigen könnt ihr beiden mal einen asche herbewegen wohin am feld geradeaus durch nicht zu meinem hause abbiegen aber geradeaus ihr wisst aber schon die monster sind immer noch aus das weiß ich hab vergessen ich mach sie gleich an der robert ist ein bisschen schlecht gelaunt der robert heide ja nein 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 wegen herrn martin der so meine mich immer ihr stellt gar auf hart leute machst du oder soll ich ich liebe sie doch wir sind doch mein angebeteter welch halb der fresse was passiert jetzt hier soll ich dir helfen also auf ihr ich hab euch schon wieder um wir haben euch beide gekillt das ist aber ein schönes zeigen Schatz mhm das ist geil ein bisschen Spaß muss sein dafür haben wir ja dafür haben wir ja deshalb haben wir ja Keeping Inventory drinnen das ist so ein Blödsinn 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 Martin Martin ich töte dich ich 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 banne ihn wenn er weiter so macht ja hört auf jetzt ähm ähm jetzt darf ich jetzt mal dazwischen weiter machen grabt an hier auf die scheiß Brücke oh Schatz oh Schatz anraben du willst du in Monster form du hast Brücke ganz genau oh Mann ja komm dann geh weiter gut aus dem Bild oh ich muss mal ja voll wild anmachen kurz schwarz bei euch so ey was denn jetzt äh ja ihr habt schon vorab genommen was hier hinten ist ja sorry ach ja hier hab ich ne Mobform wir haben an ne Mobform gebastelt das war ein bisschen Steak und so da hab ich schon so heran genau ok es ist halt da gedacht ich seh gar keiner weil da alle tot sind ähm ähm ja hinten wird dann später das noch ja ne ist klar ey lass ey warum das macht das macht das macht Fred mein Fred mein Fred oder was was warum liegt hier Schnee warum liegt hier Stroh warum liegt hier Stroh warum liegt hier Stroh es ist Schnee ne geil jetzt darf ich jetzt weiter ähm ne sprich ähm ja schieb ab von mir ähm hinten wird dann später noch ein Häuschen stehen ich weiß noch nicht was vielleicht die Droplager oder den Farm keine Ahnung da kommt dann dann kommt da da kommt ein Schild hin Mörder Fred Mörder Fred Mörder das ganze Inventar ist hier verpackt irgendwie bei mir echt weil du zu blöd bist ich seh gar nichts bei dem Inventar also ich seh alles hier bei den zweiten Inventar meinte ich hier bei diesem da ist bei mir alles lila pink und so schwarz hat das ganz rechts das Ding ja das kann so das kanns ganz klar Mikro ausmachen nö bei mir ist es STRG R aber das habe ich selber geändert und wir haben gerade äh wir haben gerade ich geh baden ähm darf ich jetzt weiter im Text ja bitte ja wer baden will der kann hier das Aldo Mondale machen ist das ein Pool ja da sollen geil hier drüben wird dann später auch noch häuschen entstehen da im Wasser ne ich geh schon ähm hier soll auch noch häuschen hin genau wie dort drüben und da häuschen hin sollen es sollen überall Häuser hin teil genau ok ihr habt ganz schön gebaut hier in der letzten vor hä aber eine Woche haben wir aufgenommen jetzt ist schon alles hier voll was habe ich jetzt gemacht hm was passiert wenn man hier drauf klickt ach nichts kannst du nichts machen ok da ist doch kein Zugriff da kann der nicht rein warte komm geh weg der ist schon weg so komm her Fischi ja ich komme warte 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 ich komme angehüpft sooo ach genau hallo hinter dir und jetzt jetzt kannst du dir äh guckst erstmal was es ist und da genau dann kannst du hier hinstellen und damit du da drauf klickst klickst du mal da ist unten plus klick da mal drauf ja ja solange bis aus höchster steht 310 oder so steht da dann 310 genau dann kannst du da drauf klicken auf ähm Leser, Fischi oder wie das heißt oder die Bummshow genau klick da mal drauf und dann kannst du sehen wie viel geladen wird da ein keiner auf dem Sofa ist Junkz wie viel Junkz zu laden werden dann kannst du raus gehen wenn du das gemacht hast und dann siehst du die Leser rundherum buschen ok ok fischi ich hab für dich noch ne Erneuerung und das wär ähm du kannst one kick abbauen one kick? ja nicht dort ähm das musst du dann komplett einstellen au tschuldigung ne tschuldigung ne das weiß ich jetzt nicht aber der Stand ist ja drauf da macht man nicht ja ja den was wie geht das jetzt aus das Ding äh lass gehen erstmal das mach ich später ok ähm das was ich meine one kick abbauen ist dieses hier pass auf guck hin das fällt what the hell hast du auch Rennar musst du suchen weil der kommt mit Wienminer gib dir ne Tatsache dann kannst du es nutzen item shooting mode item nein das kannst du unten relativ weit unten Wienminer genau Wienminer ist das Ding achso in den richtigen Einstellungen oder was ja in den Controls Einstellungen äh äh da kannst du das eine Tasse geben ah und dann wenn du was abbaun willst musst du diese Tasse drücken das selbe gilt jetzt auch für dich Umo mhm hey schaffst du bist tot ach nee und deine Info hat sich jetzt nicht so gut dann kannst du mal sehen mann da war denn das oh wie lieb scheiß Viecher ja so jetzt kann ich an die Wand gucken äh also ich find das nicht ne hinter Controls kannst du unten seitdem Umo hat es nicht reingemacht weiß ich aber Martin hat es ja auch drin das ist die Suchleiste ach fein mir ne fein wie v e i n ja ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's genau in seinen in den in den in den in den in den in den juli wie Du musst das drücken, während du abbaust. Wird sich nass. Während ich abbaue. Also gedrückt halten. Ah ja, gut, okay. Du hast das Gefühl, ich werde gewohnt. Du hast das Gefühl, ich werde gewohnt. Du hast das Gefühl, ich werde gewohnt. Da kann nur Martin sein, der Pedro hinter dir. Nein. Ich werde jetzt mal die Gehwege hier einheitlich machen. Du scheiß Song. Boah. Du kleines Zombie-Kind. Stirb, du Kartoffel. Mann, ich... So eine Scheiße. Echt, Internet? Ist das mit der Hungerleiste verbuggt oder nie? Na, glaube ich nicht. Das müsste eigentlich den Gang gehen. Die Hungerleiste. Das kann verbuggt sein, weil mitten im Spiel das umgestellt wurde. Ach ja, genau. Da müsste ich dann den Server... Müsstet ihr neu rejoinen. Dann müsste es, glaube ich, wieder passen. Fritz-Mörder. Steht jetzt hier. Den Baum. Martin... Martin, ich brenne gleich das Haus ab. Ich habe den Baum abgerissen. Nööööö. Wesenhainer der Mitteltiere. Dass so ein Server-Terrorist nicht mitarbeiten kann. Sooo. Was haben wir denn jetzt? Schauen wir mal mit durch? Warum gehen wir andere mit dir nicht? Du seid hier eigentlich alle, warum redet keiner mehr? Ich häng gerade im Marlins Keller an. Und ich bin beim Lagerhaus. Also gleich wieder dort. Und ich muss Schilder verteilen. Da spielt jemand auf ganzem Lagerhaus mit dem Leben. Aber du bist ja okay, echtes Leben, ich hab das Minecraft Leben, dann ist das ja schon schlimm. Oh, wer hat denn hier vorne den Boom abgebaut? Einer der da auf meiner Seite ist. Das ist natürlich was im Kinderzimmer. Hat der nur seines was angekollt oder hat er es noch nicht gekriegt? Ja, hör doch. Okay. Martin, überall wo ich die Schilder sehe, das kommt alles weg. Hau ab. Guck in dein Haus, da stehen auch schon ganz viele Schilder. Martin ist dumm, du Kackkind. Oh, so süß. Oh, süß, danke. Tschüss. Habt ihr euch wieder lieb, ja? Ja, der ist heute richtig nervig. Was? Lass mich raten, du hast versucht, das Laub wie in Main, ne? Was? Nein, ich wollte hier eigentlich nur die Schilder abreißen von dem Martin. Weil das Problem ist, wenn du so viel Laub mit einem Marinen meinst, das schafft die Welt nicht, dann trotz bei dir das Spiel ab. Ja. Leise, du hast eine Ausdauerwelt rausgekriegt. Hat jemand da für mich? Ich nicht. Pfff. Mach dir doch einer. Soll ich dir Eisen geben? Du weißt doch, wo mein Aracker ist? Ja, bitte. Hax, äh, Holz, äh, Eisen. Ich hab keinen Platz mehr. Doch. Hast du alles eingesammelt? Achso, naja, gut. Also Eisen. Hattest du auch Diamanten, Diamant, 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 Dias nehmen, Mensch, Alter. Nein. Da gibt's nen Plan und Projekt dahinter. Ja und? Wir haben noch genügend Dias. Hä, wie seid ihr da? Ja, ein paar können sie mich nehmen. Ich hab doch ne Fortune 3. Äh, meine Freundin hat Fortune 3 und Martin ist ein Bugliose. Okay. Ja, ich hab den Bug ausgelutzt. Martin Febig. Ich hab ihnen das schon gesagt. Bugliose, den ist von Arsch. Alles schief noch. Schlimm, 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 schlimm. Alles kicken, ja. Raus damit mit diesen Ausländern. Beleidigst du jetzt etwa Ausländer? Naja, dich. Ich will euch ja nicht sagen, Leute, aber für uns seid ihr alle deutsche Ausländer. Deutsche Ausländer. Ja, ihr wohnt alle in einem anderen Bundesland. Ich bin Randkolle. Ich bin Randkolle. Ich bin Randkolle. Ich bin Randkolle. Oh, Colin. Ich hab gesagt. Schluss jetzt. Ich bin auch Affen. Ich will XP. Okay. Weil du dich auf die eine Seite der Farm bewegen musst, komplett, dass die auf der anderen Seite spawren. Weil sonst bist du zu nahe nehmlich und du spawren nicht mehr. Wüsste das sein eigentlich? Verstehst du noch? Nein. Schieb deinen Arsch auf die andere Seite. Also komplett auf die Staunenseite. Und dann fängt dann hinten auf der anderen Seite an, wieder was zu spawren. Hast du jetzt geschnackelt? Ja, jetzt hab ich's geschnackelt. Gut. Gut. Okay. Oh, pass auf. Hm, da braucht's noch mal ab. Die Sonne geht unter. La 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 la. Ja, das Haus wollte ich ja noch im Völkerweiler bauen. Das brauche ich ja nicht. Das ist geil, aber. Voll geil. Mama. So, ich hab Malaria. Colin, bitte. Was ist das? Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Was? Was? Jetzt hab ich die Malaria mehr. Der hat mich jetzt geheilt. Nein. Nein, jetzt ist Schluss, ja? Wir sagten da, oh mein Gott, was ist das? Hä? Ja, meine Zimmertür ist grad offen, weil meine Mutti grad Flugen gießt. Ja, moin. Und die gucken grad aus dem Fenster, weil das so schön aussieht draußen gerade. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lisa. Ich bin grad mitten in der Aufnahme, ja? Hört auf mich alle zu stressen hier. Ich seh das. Was? Was ist das? Also dieses komische Etwas da in der Folge ist, ist deine Schwester. Ich weiß nicht, ob sie menschlich oder tierisch ist. Ja. Nein, ich hört man überhaupt nicht. Mein Mikrofon ist so leise, dass dich hört man nicht. Nein. Überhaupt nicht. Alles gut, alles gut. Wär's nie das erste Mal, dass er in der Aufnahme ist. Hallo Zuschauer. Ich weiß ja noch, wo sie einfach oberkörperfrei rein kamen. Ach, boah. Ja. Mit diesen Dings hier. Mit diesen Sport-BH. War das nie auch bei Minecraft? Nee. Ja, doch. Das war bei Minecraft. Glaub schon. Am besten noch mit der Cam an, dann passt das. Na ja. Echt? Ja. Ich brauch's schon jetzt drauf. Cool, ich lade hier noch mal meine Hupen, wa? Ja. Mach die Tür zu da. Ja. Geh mit Gott, aber geh. Geh mit Gott, aber geh. Geh mit Gott, aber geh, genau. Seht's auf. Ja. Aber jetzt muss ich auch mal Protest löschen. Seht mir so. Aber Leute, muss jetzt jeder reinkommen und mich stressen hier, oder was? Ich will ja nur meinen Vater, der reinkommen müsste. Oh, ich hab genügend Brot erstmal. Hast du Brot? Nein. Hast du Brot? Brot? Das müsste ich jetzt eigentlich bloß noch hier reinschneiden, das Ding. Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Nein! Nein, ich habe! Nein, ich habe Brot! Auf! Hast du Brot? Nein! Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Hast du Brot? Brot? Sorry, Kumpel! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Nein! 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 Not wirklich? Nein! 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 Was hast du denn mit dem Handy rausgesucht, oder? Ja. Martin. Hast du Brot? Nein. Keine Brot? Nein. Ich krieg nur ein Schwein mit dem Haus. Unser Schwein Edgar. Hallo Edgar. Was ist das eigentlich für ein Haus, was hier drüben steht? Das hab ich auch noch nie gesehen. Was ist eigentlich mit Shiki? Was ist eigentlich mit meinem Lufthaus passiert? Wir sind gesorgt. Was? Geht das schon wieder los? Ach nee, Shiki ist da drüben, oder? Nein, nein. Wo hast du hier drüben? Hier drüben ist doch Shiki. Siehste? Ich glaub das ist aber nicht der echte, oder? Doch, wir haben ihn wieder geholt, du Idiot, du Scheissspast. Warte, du brauchst hier, du klickst 20.000 mal auf deine Scheiss Baus und ich zwei Schläge bedroht. Ja sag mal, was da mit meinem Haus passiert? Mit meinem Lufthaus? Hä? Was ist denn damit? Es wurde vergewaltigt. Ist das weg? Ja, das steht doch dort. Hä? Was ist das? Mensch, Mädchen. Wo denn? Das fliegt nicht mehr, das ist doch jetzt auf Stelzen. Ja, das sagt mir ja keiner. Hey, du warst doch letzte Aufnahme noch mit dabei. Nein, hab ich da aber nicht gewusst, dass ihr das macht. Hä? Ach das ist das? Natürlich, das haben wir laut gesagt. Ist das das fliegende Haus? Ne. Doch. Das hier. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, dahinten? Ne, das ist Martins Haus. Hä? Wo war denn das? Ne, hier auf dem Feld. Komm mal zu Martins Haus. Ja, komm mal her. Kannst du dich nicht, kannst du dich nicht, bitte mal eine Folge nicht blamieren, Fisch? Darum. Ich hab jetzt gerade auf die Pflicht, als wir was gebaut haben, Stelzen. Die Folge hieß bei ihm ja jetzt auch Stelzen. Das ist doch dein Haus. Ach, das ist dein Haus. Was? Okay. Geil. Das war mein, das war mein designiges Kalender. Super. Ach stimmt. Ja, stimmt. Ich glaub ich hab das leider voll gesehen. Wenn, ich glaub ist die schon raus. Schon raus. Oh, ich war. Jetzt setze dir wieder einen ab. Das macht Spaß. Hast du dir Käse normalen Kartoffeln nirgends drinne? Nö. Oh. Hast du... Ja, Bon. Hä, wie komm ich denn aus dem Haus wieder raus? Durch die Tür. Das wär erstmal der erste Anlauf, den ich so vorgeschlagen hätte. Ach. Hast du wo? Nein, du willst gerade mal saß, dann kenn ich dich. Hast du Schwanz? Juhu. Ich guckte wieder. Yeah. Martin, diese Serie soll bitteschön noch für die Jugend geeignet sein. Das wären das ja. Hast du einen Piepern? Martin. Er ist jugendgerecht. Ich krieg dich gleich. Komm, TS. Es war jugendgerecht also. Ich hab da gerade eine Idee. Nein, bitte nicht, Robert. Du hast mich doch lieb. Du hast mich doch ganz lieb, oder? Ich hab ne eins am Insel gefunden. Boah, vor allem ich vor uns, weil ich die Mod so installiert habe. Ich wüsste, das passt jetzt hier rein, aber egal. Ja, danke. Ja, danke. Ja, okay. Nee, ähm, hab ich so, hab ich so ein Seed eingegeben. Einsame Insel. Hast du Slash vergessen? Ja, ich weiß. Warte. Nee, und da hab ich so ne einsame Insel gefunden. Und dann drehe ich den Raum und dann seh ich so Clay Canyon, Alter. Da hab ich ein Clay Canyon neben der einsamen Insel gehabt. Danke, ja. Richtig, hm. Richtig geil. Martin, pass auf, dass du dich benimmst. Hörst du, Martin? Dein hört mich nicht mehr. Ich glaub, er möchte dich einfach nicht mehr hören. Cool. Vorsicht, was du machst. Du bist grad aktuell Außenseiterspitzenreiter. Dafür bin ich immer noch der Schönste. Hier, ne weibliche Meinung bitte. Du hast das Bild gesehen. Was? Ne, ich sag nicht dazu. Jeder hat seine eigene Meinung. Ja, aber du selber kannst ja deine Meinung mal geben dazu. Hm. Komm, sag mal. Nö. Ocho. Nö. Mö. Mö. Mach dir nach also, das sei es nicht so von allen. Cool. Hahaha. Oh man. Alles klar. Wieso ist es eigentlich dunkel? Warum blinkt endlich das Tor? Warum ist das Tor durchsichtig? Hier bei den Leuten? Warum wird das weg? Hä? Weil ich das leider Gottes austauschen musste, weil es komplett verfuckt war. Mensch. Also. Es geht leider grad nicht besser. Ne. Ne. Ich bin um Verzeihung. Vielmals. Ton. Äh. Geld gibt's weniger, ne? Hahaha. 500 Euro weniger diesen Monat. 20.000 Euro anstatt 25.000 Euro anstatt 25.000 Euro. Erzähl nicht so nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Morgen? Ja. Ich glaub ich würd mal schnell... ... und schnell atmen. Ach... Ich mach hier irgendwie nen Blödsinn schon, oder? Ich auch nur. Ich kenn auch nur rum die ganze Zeit. Äh ne ne, das mach ich nie, aber... Ja... Ja, mach du es. Ich nutze es mal. Das musst du eins tiefer legen, du. Was? Oder? Das musst du eins tiefer machen, so wie ich das gemacht hab drüben mit der Treppe. Ja, lass mich erst mal hier machen. Naja, wenn nicht, ich kanns ja später korrigieren. Das ist... Ich hab von allem zurück. Was? Ach, ich schwimm mit dir. Weißt du was machen? Achso, es gibt ne freundliche Nachricht. Von unserer guten Seele hier auf dem Server. Die Farben geht wieder. Die Farben geht wieder. Erhe. Ey, cool, danke für die Diamanten! Ja... Bab, bab, da, 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 da... Kack, kack, ich bin bab. du hast vier diamanten mir gerade gegeben wo hast du her aus der kiste aus welcher ja was soll ich denn mit diamanten jetzt damit sie keine rüstung nein ich habe doch meine eisen rüstung der meint einfach nur so weil wegen der rüstung weil er sich keine macht ist doch seine letzten folge ich nehme ich kann wenn ihr wollt oder wenn ich darf würde ich noch gerne mit zocken jetzt noch aber nicht mehr aufnehmen dann ab der folge